Als Weltpremiere hat Nissan den neuen X-Trail auf der IAA vorgestellt. Das Karosserie-Design erregt Aufmerksamkeit und gefällt mir richtig gut. Leider stehen antriebseitig noch nicht alle technischen Daten fest. Der X-Trail wird auf jeden Fall über das elektronische Allradsystem Allmode 4x4i verfügen, was über einen Drehregler in der Mittelkonsole verschiedene Modi zulässt. Trotz reduziertem Hubraum verspricht Nissan leistungsstarke Maschinen mit viel Drehmoment.